Im Jahr 1992 holte Michael Schumacher ins Spa Belgien seinen ersten von insgesamt 91 Formel-1-Siegen. Dieser Sieg kam zustande durch Zufälle, sein fahrerisches Können und vor allem seinem feinen Gespür. Michael Schumacher absolvierte 1992 seine erste komplette Formel-1-Saison. Er hatte ein Jahr zuvor in Belgien sein Debüt gegeben, hatte einen Vertrag für die letzten Rennen bekommen, da der Fahrer Gachot einen Taxifahrer mit Reizgas angegriffen hatte und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er gab ihm Jordan sein Debüt, konnte sich direkt auf P7 ins Spa qualifizieren und stellte seinen Teamkollegen in den Schatten. Das Rennen allerdings lief nicht so gut, der Start war super, er kam bis auf Platz 5 nach vorne, kam aber insgesamt nur 500 Meter weit, da die Kupplung verrauchte bzw. den Geist aufgab. Er hatte trotzdem viele Blicke auf sich gezogen und hat auch vor allem das Interesse von Benetton geweckt, die ein Rennen später sofort sein Arbeitgeber wurden. Man musste ihn allerdings freikaufen, man wollte einen Fahrerwechsel vollziehen. Moreno musste zu Jordan, der wollte das allerdings nicht, hat das natürlich angeklagt und hat auch erst gewonnen. Allerdings konnte man Michael für 500.000 D-Mark freikaufen und somit fuhr Moreno für Jordan und Michael Schumacher für Benetton. Er konnte in der ablaufenden Saison noch 2-3 Mal in die Punkte fahren und sicherte sich somit einen Vertrag für das Jahr 1992. Er hatte in dem Jahr viele Punkte gesammelt, viele Podestplätze geholt und dann kam der große Preis von Spa. Er konnte sich auf Platz 3 qualifizieren, was eine sehr, sehr gute Leistung war. Auf der Pole-Position war Nigel Menzel, der in dem Williams ja alles in den Schatten gestellt hat in dem Jahr. Und man muss dazu aber sagen, sein Teamkollege Riccardo Patrese startete nur von 4 hinter Michael Schumacher, was ja auch zeigt, wie gut Menzel und der Williams einfach harmonierten. Das war eigentlich eine unschlagbare Waffe. Michael fuhr ein souveränes Rennen, würde ich sagen. Allerdings war es ein schwieriges Rennen. Es war am Anfang nass und man musste auf Regenreifen losfahren. Und die Strecke wurde immer trockener und man wusste nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf Slicks zu wechseln. Michael machte so gegen Mitte des Rennens einen Fahrfehler und sein Teamkollege Martin Brundle zog vorbei. Er sah das an seinem Teamkollegen, die Reifen hinten ganz, ganz starke Blasen warfen und er spontan sich entschied dazu, in die Box zu kommen und auf Slicks zu wechseln. Er fuhr auf Anhieb 4 bis 5 Sekunden schneller und konnte somit die Führung übernehmen, weil als Menzel und Co. das gecheckt hatten, war es leider zu spät und Michael war, wie gesagt, in Führung. Menzel wollte natürlich aufholen, bekam allerdings, meine ich, ein Problem an seinem Williams, wodurch er nicht mehr die volle Pace gehen konnte. Und Michael konnte das Rennen souverän nach Hause fahren. Er gewann es mit 36 Sekunden Vorsprung und war somit der erste deutsche Sieger nach Jochen Maas 1975 in Spanien. Michael war zu Tränen gerührt, natürlich wäre ich auch, wenn das mein erster Formel-1-Sieg wäre. Er bekam den Pokal überreicht von keinem geringeren als dem zukünftigen Weltmeister 1992, Nigel Menzel. Was für eine Ehre und vor allem, was eine Geschichte für den deutschen Motorsport. Denn was danach passierte, wissen wir alle, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte man nicht wissen, was für ein Ausmaß das eigentlich annehmen würde. Der erste Sieg ist immer das Beste, was einem Fahrer passieren kann, auch das Schwierigste wie die erste Weltmeisterschaft. Und wie es der Zufall wollte, hat er auf der Strecke seinen ersten Sieg geholt, wo er ein Jahr zuvor sein Debüt gab. Die Karriere des Michael Schumacher sollte von dem Zeitpunkt an nur noch steil bergauf gehen. Wie fandet ihr das Video? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!